Ja was, grüß dich und herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen Folge von der Minecraft-WG. Ah, mit Brother Moon. Ja, bin da. Und das Beste kommt zum Schluss, Rias. Jawohl. Ja, voll toll. Hihihi, meine Julia ist da. Warte, was passiert da? Oh, scheiße. Ah, geh weg. Alles klar. Was ist denn los mit euch schon wieder? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Du bist los. Kann mir irgendjemandem erzählen, warum ich irgendwo mitten an einem See gestanden bin? Äh, war das aber nicht den, wo du gelöscht hast oder so? Ich hab keinen Plan, keine Ahnung. Also ist, oh, da ist ein Krieger. Ich schaue gerne her, dass sie da war. Von daher, ich hab keinen Plan. Wir sollten ins Bett gehen, glaube ich. Die liegt doch schon. Ich hab auch grad schon gelegen, aber da war ich 33 Prozent und war kein anderer. Ja, scheiße, man kann ja doch nicht mal durchbladen. Ich bin erst eine Sekunde nachgeheglich. Jetzt geholtes Bett. Ich lebe mir hin. Oh, Julia hat es hingerafft. Ja, weil du so lange gebraucht hast. Aua. Wunderschönen guten Tag allerseits. Hi, Julia. Du auch wieder da. Hihi. 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 Ich hab ein Zettel in der Hand. Auf diesem Zettel steht Todesinfo. Ich glaube, das ist nicht. Todesinfo. Hm. Ich glaube, ich bin letzte Nacht gebürbend. Oder so. Hm. Ich hab da was vom Creeper gehört, aber ich bin mir nicht sicher, weil ich nicht in der Nähe war, weil ich dich nicht gefunden habe. Ja, das ist ja... Ich hoffe, das funktioniert irgendwie da unten. Entschuldigung, was? Eben. Aber, ähm, wo bist du? Bist du in dem kleinen Kabuff? Nee, ich versuche jetzt mal eine Überreste zu finden. Warte mal, bleib mal kurz da, bleib mal kurz da, bleib mal kurz da. Ich, ich will dir was geben. So. Ich muss ja, ich, ich, ich versuche dir eine Grundversorgung zu stellen. Oh Gott. Okay. Warte, ich, ich komme auf dich zu, so von rechts. Au. Ich hab mir gerade das gegen wen. Oh, noch Spring. Fire out ist auch noch. Ah, da bräuchten. Ich geb, ich geb Julian mal eine Melonien. Wow. Du hast aber große Melonien. Ja. Warte mal, bleib nochmal da. Äh, ja. Ihr habt's ja noch nicht mehr alle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, danke schön. Deswegen sind wir ja hier. Ach so, hör dann. Was ist das denn? Weißt du was, ich komme einfach mit, aber ich muss mir dafür nochmal ein Schwert machen. Das wird die Bibliothek. Aha. Ja, ich hab die erste Version nochmal abgerissen, die war scheiße. Shit. Okay. Ja, ich hab das Gefühl, ich hab's ja viel versäumt. Keine Ahnung, aber du weißt ja, mit den Nüssenslücken ist es dann hier. Jetzt hab ich Nüssenslücken verstanden. Nüssenslücken? Nüssenslücken. Hat jemand eine Enderperle? Nee, ne? Woher denn? Hm. Hm. Nein, ich sag das nicht. Wir brauchen auch immer noch Diamanten. Ah. Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus wolltest. Warte, ich komm mit, ich will dich beschützen. So. Ich, ich, ich bleib hier im dunklen Wald einfach mal. Ah, Entschuldigung. Ja, du hast einen ganz schönen Speed drauf. Kann man so schnell. Oh, ich zähle nicht. Kann man dir irgendwo, irgendwie helfen? Dem ist nicht zu helfen. Ist seriöser Master Rather Moon. Ne, wieso? Warum? Ich brauch Diamanten. Mehr nicht. Was brauchst du denn Diamanten? Ich will einen Ring herstellen und jemanden heiraten. Oh. Aber... Ach, da oben ist er. Ich möchte Experimente machen. Ich möchte... Ich möchte... Ich stehe für... ...einen Altar erschaffen. ...und die wirtschaftlich belegt sind, äh... Ich möchte einen Altar erschaffen. Ich will Leute opfern. Nein, Leute opfern. Ich möchte... Ich möchte... Ich glaub, Payne ist ein guter Kandidat dafür, weil der ist nicht da, der kann sich nicht wehren. Ich möchte ein Loch buddeln. Dann mach das. Du warst an irgendeinem See, ne? Ja. Die sind mehr auf Seen. Ich buddel jetzt ein Loch. Und zwar hier unten irgendwo. Dieser mysteriöse weiße Zettel scheint mir nämlich irgendwie einen Weg zu weisen. Naja, du weißt doch, Schriftstücke sind Wissen. Und Wissen ist Macht. Und nichts Wissen macht auch nichts. In deinem Fall wahrscheinlich ja. Ich brauche... Wow. Fackeln. Ich habe keine Fackeln. Ich muss mir einfach wieder ein neues Hexendom mitklappen. Scheiße, ich hab keine Fackeln. Ich komm einfach nicht rum. Ich brauche Fackeln. Ich brauche Fackeln. Dann geht's ja runter. Ich habe, glaub ich, keine Kohle. Da ist ein Ei. Ich brauche Kohle. Ja, es ist etwas problematisch in diesem Wald hier. Ja, ich... 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 Ich will auf jeden Fall irgendwann mal... So eine Lumber-Ex... Ich will auf jeden Fall mal irgendwann ein Eis. Haha, ein Eis. Ich glaube, hier ist was. Ich glaube auch. Ich glaube auch. Ja, da ist was. Ich habe meinen Grabstein gefunden. Der hat hier einen Grabstein. Was ist das für eine verrückte Welt, in der Grabsteine erscheinen werden? Ja, eigentlich was Interessantes. Mhm. Irgendwas von mir aufgehoben. Aber es wird schon nichts. Äh... Ich glaube, eins ist eine Blume oder so. Eine lila Blume. Mhm. Das könntest du mir wieder geben. Mhm. Mitbringen. Alle lila Blumen bitte mitbringen. Man weiß ja nie, wofür es gut ist. Da liegt die Blume. Ja. Ja, du bist so das Blumenkind hier. Hast du sie wieder eingesammelt? Ach komm. Weil du musst dir eine Sache wegschmeißen. Müsst du so voll oder was? Ich bin das Blumenkind. Ich bin das Blumenrind. Danke. Dann kann ich sie nicht. Ich bin der Blumenboy. Blumentreu. Ich bleibe blumentreu. Ich habe nichts gesagt. Was sind wir denn hier überhaupt? In der Sing-WG. Weiß nicht, was ich besucht habe, aber ich glaube, ich gehe jetzt wieder nach Hause. Ich glaube, ich gehe mit. Ich glaube, ich gehe von zu Hause weg. Lass sie ihn. Buuu. Lass mal diesen Tod. So, was machen wir jetzt? Dann machen wir das so. Und dann so. Und dann so. Und dann... Eieieieiei. Toll, jetzt habe ich nasse Füße. Oh. Oh. Vielleicht gibt es ja irgendeinen Zauberspruch gegen... Gegen nasse Füße? Ja. Okay. Ähm. Ja, wir teilen unser Wissen, ne? Waffel. Waffel. Bop-ba-ba-ra-ra-ra-ra-ra-an. Bleib stehen, du Kuh! Du blöde. Judith, das war gegen dich, glaube ich. Nein. Ah ja, siehste mal, wenn ich das hier gerade sehe. Weiße, ich weiße, wenn ich deinen Wegpunkt nach Hause... Ich glaube, das ist da vorne. Ich hatte schon viel. Irgendwann in der Nähe von 0,0,0 Mir ist ja eingefallen, dass ich ja Du bist eingefallen? Ach, na dann Nein, mir ist eingefallen, dass ich was brauche und ich sammle gerade mal das Falsche Du brauchst doch Basalt Das auch, ja, aber ich brauche langfristig hier auch Lehm Und was arbeite ich ab? Gieß Ja, das läuft bei dir Äh, wo ist mein scheiß Wegpunkt? Ah ja, hier bin ich Wenn das ein scheiß Wegpunkt ist, willst du dann da? Ja, offensichtlich scheißen Ich wollte gerade sagen, willst du da ein Örtchen bauen? Ah, endlich Ah, das hat mir gefehlt Ja, ich meine, sonst kommt das ja von Miefi, aber Miefi ist grafisch verhindert Er ist verstunken, äh, was? Grafisch verhindert Ja, du weißt schon, wenn, wenn, wenn die, die Linsen, die unsere Welt darstellen Ach so, weil, ah, ja, hm, da hat ein bisschen der Schatz, dass ich das verstanden habe Macht ja nix Ja, es ist nicht immer einfach Hey, das ist leider wahr Grafisch verhindert Verhindert, genau Ja, wie willst du das in unserer Welt darstellen? In unserer Welt funktionieren die Systeme doch anders Ja, ja, da kommen wieder die RP-Tricks, ne? Oh, ich hab's gerade in meiner GoPro gelesen Hä? Was? In was? Ja, ja, die, die, ähm, die Arma-Spieler, wenn die in irgendeiner Form was im Chat gelesen haben, dann hieß es immer, ja, Moment, ich hab da grad was in meiner GoPro Oder wenn die in einen Sub oder irgendwas reinbekommen haben Was halt eigentlich gar keinen Sinn macht, weil die GoPro ja aufnimmt und nicht wiedergibt Ja, doch, könnte sie, aber Das ist halt irgendwie komisch Keiner GoPro oder kein, hätte man auch irgendwas anderes sagen können Ich glaube, ich weiß, worauf du ihn ausfällst Ich nicht Ich meine, im Lab hatten wir ja auch immer, wenn jemand ein Foto gemacht hat Das war dann der Seelenräuber Das bin ich doch schon Ja, was sind die ohne der Psycho-Lache Ah Du nimmst ihn für voll? Oh Nee Oh Ich bin zwar voll, aber das ist auch alles Das ist eine Ruhe, ich bin verwert, ich kann auch nichts dafür Macht nichts Wer auch immer gesagt hat, auf Level 30 gibt's Diamanten Er hat gelogen Nicht für dich Er hat mir ganz frech ins Gesicht gelogen Aber du wirst lachen In meiner Singleplayer-Welt habe ich auch noch keine gefunden Natürlich werde ich nicht lachen, ich lache niemals Hallo Skelettmann Na? Hast du ein Skelett an? Na? Hast du ein Skelett an? Oh, hallo Skelettmann 2 Habe ich jetzt Marble oder das andere? Das muss ich nochmal nachgucken Das Haus ist ja ganz schön gewachsen in der Zeit meiner Amnesie Ja 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 Bisschen Also das unten links, ja Ah, ja Das mit den roten Fenstern Das ist der Rudderpuff Komm ruhig rein War drin Okay Okay, so warst du gut Nimm den Keks, setz dich Da steht ein Pferd aufgebaut Wir müssen reden Okay, ich brauche Ich brauche Alabaster Nicht Marble Weißt du brauchst Alabaster? Ja Warum? Ich kann schnell und lange reden Julia Du brauchst auch mit Alabaster? Ja, weil es unkompliziert ist Da muss ich nichts backen Schnell und lange Weil das aus Holz sah scheiße aus Die ignorieren mich einfach Aber ich merke das, dass die ja extra machen Aha Was ist denn los bitte? Möchtest du uns irgendwas erzählen? Ich brauche Brich dich aus Ich brauche Diamanten Brich dich aus Haben mich ausgebrochen Julia, wir brauchen einen Ich treib sie in den Wahnsinn Bald sind sie auf meiner Seite Das wird so komisch Du sie Bald sind sie auf meiner Seite Das macht mir Angst Ich glaube es wird Nacht Oh, Nacht Nacht ist gut Das ist schön Ich bin nahe genug Gut, ich beschütze dich Ich eile Ich habe festgestellt, dass es so magische Rituale zu geben scheint Mit denen wir das umgehen können Ich beeile mich Vielleicht sitzt du schon wieder mit deinen magischen Rituale Gruzie Fünfer Die magischen Rituale Hm, ins Bett gehen Ja, ja, ja Das ist magisch Was meinst du, was da alles passiert? Da passiert verdammt viel Was ist denn das für ein gamsiger Lustbock? Ey, Gruzie Fünfer Ich hätte vielleicht das Mittel vorhin nicht trinken sollen Was war das für Pillen eigentlich? Was steht da drauf? Viagrom Ah, ja Ich habe vorhin Pilze gefunden Hast du etwa eins davon gegessen? Pilze Ich habe mir vorhin einen Pilz-Ragout gemacht Das war lecker Madame Madame, also ich weiß Sie haben keine Ahnung Aber ähm Könnten Sie sich kurz hinlegen? Ich weiß es wird Ihnen halten Ja Einfach eine fremde Frau sagen sich hinzulegen Super Läuft bei euch Alter, was ist hier so gansig? Was habt ihr mit ihm gemacht? Ich hätte auch noch ein kleines Nagel, wo es nicht bei drauf im Bann ist Alter Moment, Moment, Moment Ich kämpf schon Ich kämpf Das ging aber schnell bei ihr Ich komm Oh mein Gott, ey Jubisch Au Alter Meine Spitzsack ist kaputt gegangen Und genau beim kaputt gehen Habe ich einen Diamanten gefunden Wow Wirklich? Yes Das hat er nicht verdient So Das hat er sich verdient Das hat er sich verdient Da habt ihr meine Schiefment dazu Wow Und verdient Und verdient Nein Verdient war das, aber sowas von verdient So was von verdient war das Aber sowas von verdient Was soll ich euch sagen? Ich habe vier Stück gefunden und ich brauche alle vier Ist mir doch egal Kann dir auch egal sein Ist mir auch egal Ist mir egal Ist mir egal Ist mir egal Ja Was kackt es dann am Ende? Diamantenäpfel So Alles andere würde doch gar keinen Sinn machen Hihihi Ah Kacke Diamantenkacke So Ich hüpfe jetzt hier hoch Ich habe meinen Platz gefunden Wo denn? Auf dem Klo Auf dem Klo Hä? Hier ist ein Monster bei uns im Haus Es rennt einfach hier rum Es hat eine Möhre in der Hand Ahhhh Creeper Geh mit dem Creeper aus dem Haus Ich sag's dir Keine Haustiere Kann ich mal tun Die einfach in der Pampa rumstehen Der Creeper war nicht im Haus Der ist nämlich eine Truhe Schnell Tür zu Einfach so Und die hat da sicherlich keiner hingebaut Eine Nature Chest Und das sind Was ist drin? Koffeln, Orchideen, Ranken, Magic Bean Die Magic Beans sind cool Die kann man einpflanzen Dann wächst da so Magisches Zeug raus Ja Und ganz oben ist dann eine Box Wenn man die abbaut Da ist Zeug drin Cool, die nehm ich dann also mal mit Ich hab auch so eine Ich lass dich mal kurz Hier ist ein Dschungel Ah Dschungel Ich will Wegpunkt Wegpunkt Das man als, 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 als Hexe in einem Dschungel baut Du bist halt ne Dschungelhexe Aber Was das bedeutet Das finden wir beim nächsten Mal raus Würde ich sagen Ja Tja Bis dann, tschüss Tschüss